Hallo meine Lieben und zwar habe ich ein neues Video für euch und zwar war ich gerade schnell im Lidl. Ich habe Pfand weggebracht, dann habe ich hier für 65 Cent eine Limo geholt und heute eben Pfand. Dann habe ich für 59 Cent habe ich hier von Kania diese Fixtüte Bolognese geholt, weil ich mache jetzt frische Spaghetti Bolognese, genau. Dann für 1,19 Euro habe ich diese Delikatesse Geflügel Mortadella habe ich geholt und ab 2 Euro Einkaufswert habe ich hier diese Snack Day Tortilla Chips Nacho Cheese, 300 Gramm. Die habe ich geschenkt bekommen. Die waren gratis gewesen. Ab 2 Euro Einkaufswert mit der Lidl Plus App, genau. So, dann würde ich sagen, wenn euch mein Mini 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 Haul gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ah, das neue T-Shirt passt perfekt. Tschau.